Hallo und willkommen zu einem neuen Video, in dem ich einen Mario Soundtrack erstelle aus dem Mario Theme und aus Sounds aus dem Game. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Also zunächst suche ich erst nach Videos, die diese Sounds beinhalten. Dann lade ich sie herunter und öffne GarageBand, wo ich dann die Sounds aus den Videos herausschneide. Dann füge ich sie in FL Studio ein und schaue, dass sie irgendwie gut zusammen klingen. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal.